ja das ist gerade was abgestürzt deshalb hat es die aufnahme kurz beendet jetzt geht es auch weiter ja speichern muss ich ja schlafen wir fanden krankenwagen vorbei und polizeiwagen in game natürlich wir sind eigentlich gar nicht auf einer gestandenen inseln aber ostzieküste mit menschenfeiser die da wollen ja das ist ja fast wie ein ost ich höre sie schon wieder umschreien aber ja ich höre einfach gleich wieder die flergern raus kenne ich gleich mal noch das doof gehen was davon hat da hinten kommen sie schön ach so da hat kein totem aufgestellt da rollen meine ganzen stämme stammwettrollen ist das wurde schon ganz schön viele loks gesammelt müssen wir ausfinden was man aus körperteilen basteln können so ja das haus kann ich echt mal anfangen jetzt wir bauen es einfach mal hier geht es aber nicht noch ja so massieren die lücke stellen also den einen baum erstmal abhacken schön abhacken da hinten laufen sie lang die fürchterlichen menschenfresser ich würde sagen hier in die lücke stelle ich jetzt mein haus die tür ist noch die tür ist doch hier ja gut sind meine baumstämme hingerollt ach so die liegen hier überall rum gut die 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 ach so da hinten im wasser liegen ja noch ein hafen nach 80 schloks gibt hier noch irgendwo eine liegen gewollt steine liegen hier fast meine eigene fast meine eigene falle getreten habe ich nicht kurz den mega mäßigen mords mäßigen baum abgeholzt ja da holen wir uns aus unseren loks ständern lassen wir die ganzen loks ran basteln ich hoffe sie fliegen noch vieles ein wie ein bett und sowas im spiel noch 73 schloks jetzt bauen wir jetzt eine aufnahme noch fertig unser erstes eigenes haus ich glaube die seine geht schon wieder an ich muss ja gleich was zu essen machen noch 65 schloks gleich haben wir unsere ganzen loks aus unseren lok holdern ich glaube diese lok holder sind auch das da dass da ein bisschen schönheit in dein leben weist das sieht doch schon mal gut aus bleib mal einstatt dran hängen natürlich nicht so erstmal schnell was essen hallo hatte ich gerade noch ein feuer hier oben Ach, hier. Ach, geht's sogar noch. Erst mal warten, bis das Häschen fertig ist. Ah, los, wer fertig, du Hose. Lecker. Ich freu mich, was man aus den ganzen Körperteilen so bauen kann. Ach, hier. Ähm, solche Totems. Large, effizient. Ach so, hier kann man so ein Andi-Totem bauen, oder was? Man kann das in eine Richtung drehen, das ist ein bisschen doof. Hier liegen dann noch Körperteile rum. Das lag hier hinten, da eingeloggt man noch einen Hafen. Ich brauche noch zwei Köpfe. Ah, hinten kommen schon wieder die Freunde angelaufen. Hier, mal erst mal schnell schlafen. Ich mach mal die Flaggern raus. Aha, gut. Ah, sind aber ganz schön nah davor getragen. Oh, jetzt haben wir auch die Flaggern mal in der Hand. Da steht halt noch. Bam. Erwischt. Wenn ich jetzt ein bisschen doof, dass ich die jetzt nicht hier rumliegen sehe. Ich mach nochmal... Ich muss nochmal schnell schlafen. Dann wird's wieder früh am Morgen. Hier rollt ein Lock rum. Da steht noch einer. Ach, der ist tot. Ah, ich bin tot und ich schwebe hier wie Jesus. Ich muss mal ein Toter machen da oben. Brauchen wir noch einen Kopf und vier Sticks. Und wieder tot. Ich wieder ihn umgebracht hab. Ja, trotzdem. Nein, das Spiel ist vorbei. Ich hab verloren. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Man kann bloß einmal sterben und in der Höhle wieder aufwachen. Oh, Mann. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich würd's sagen, für's Erste beenden wir hier erstmal das Let's Play. Und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn meine Proversionen erschienen sind, werde ich nochmal eine Runde starten. In der Hoffnung, dass ich dann nicht durch die Leichenexplosion der Menschenwasser sterbe und dadurch das Spiel verliere. Nachdem ich mir 100 Eisen-Exte hergepackt hab. Und mit der unendlichen Munitionflärge an die Leute einfach erschossen haben die ganze Zeit. Naja. Gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüss.